Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines am Morgen und wir haben ein Problem meine Freunde, wir haben ein Sinkhole und das ist natürlich ganz klassisch, wie könnte es anders sein, hier direkt an einer Industrieachse gelegen Ich habe ein bisschen Angst, was hier passiert in wenigen Minuten Wir haben Wasser, wir haben Wasserengpass Wir haben kein Wasser mehr, das müssen wir sofort lösen, das Problem So, Wasser saugen wir mehr an Und Abwasser lassen wir raus, ich weiß, ihr wollt das böse Abwasser nicht sehen, aber ich brauche es jetzt trotzdem Wir bräuchten hier diese Kachel auch, jetzt warte mal ganz kurz Also diese Kachel brauche ich Und diese Kachel brauche ich Und die dann am besten auch noch Auch wenn das überwiegend Wasser ist Und den Rest öffnen wir, wenn wir es wirklich brauchen So Was haben wir hier noch? Eine Large Pumping Station Water Pumping Okay, das sind die Dinger Ökologische Warte mal noch, machen wir noch nicht Öko gibt es noch nicht Wir bauen von den Jungs hier mal zwei rein So 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 Und die haben jetzt erstmal ein bisschen mehr Leistung Aber wie gesagt Unsere Zinkhole Geschichte, die kommt noch Die passiert hier wahrscheinlich demnächst Okay Können wir verwerfen Wir hatten Glück Definitiv Aber Mit seinem Glück soll man nicht spielen Ja Das nächste kann mitten in der City sein Aber wir lassen das natürlich niemanden wünschen wollen So Hier geht es Autobahn mäßig raus Hier hat sich mittlerweile ein kleiner Stau entwickelt Jetzt habe ich mal dafür eine Idee Pass auf Pass mal auf Kann man das anders lösen So könnte man das lösen Pass auf Ich probiere jetzt mal einen Ticken Das haben wir ja schon mal gebaut Und das hat eigentlich damals richtig geil funktioniert Müssen wir bloß von hier rausbauen So Das wie gesagt Das haben wir damals den Skarabeos genannt Und da hat man das Problem Was machen wir mit den Dingern Jetzt könnte man natürlich gucken Ob wir hier runterfahren Das könnte man natürlich auch machen Aber das schaut zum einen saublöd aus Da kann ich auch mit unserem Tool nichts Mit dem Movetool nichts machen So Okay dann machen wir das zu Geht wahrscheinlich genau unter dem Ding Oder Ja da kann man ja gescheit hin Warte mal Dann machen wir was anderes Machen wir es enger Es macht sogar Sinn Der Skarabeos Meine Lieben Für alle die Die nämlich nur wenden wollen Ist das der perfekte Weg Es schaut gar nicht mal Es schaut sehr steil aus Ist es auch Ist es auch Aber generell ist es nicht blöd Jetzt schaut es richtig doof aus Muss ich jetzt wieder fixen Ja So kann man es lassen Es wird trotzdem weiter in der Verkehr Halbwegs annähernd fließen Aber für die Die wechseln wollen Die sollten das auch können Die fahren hier drauf Können hier entweder wieder drunter fahren Oder Fahren Hier wieder zurück Das heißt es ist eine komplette Autobahnschleife quasi Die könnte man Könnte man auch rauswenden Denn Blöd nur Dass hier jetzt Mehr Stau ist Hier entwickelt Weil hier geht nichts voran Da fließt nämlich Der Verkehr immer rein Und das ist jetzt nämlich Genau das Problem Hier ist eine Ampel Löst sich aber relativ fix Jetzt gerade auf Straßenmeisterei hat den Weg schon gefunden Straßenmeisterei hat den Weg schon gefunden Hätten wir den Kreisel größer gemacht Hätten wir das anders nutzen können Wären wir das ähnlich gemacht Aber hätten wir dann hier nochmal einen Ähm Einen Auf und einen Abweg nochmal bauen können Das wäre auch cool gewesen Ich weiß noch nicht genau wie Aber vielleicht ändern wir das nochmal Weil das hilft uns gerade nicht viel Wobei es hilft uns so oder so nicht Weil der Verkehr will hier in die City rein Und das kann er nicht Zumindest nicht so einfach Und wir können das glaube ich auch nicht Auf die größere Stufe erweitern Weil hier keine Tramstationen da sind Aber wir könnten trotzdem was machen Aber nicht auf dem Wege So und zwar über den Weg Und dann machen wir das gleiche Spiel in die andere Richtung Alles für den Verkehrsfluss meine Freunde So Und ihr seht schon Das funktioniert Das läuft Weil die meisten wollen nämlich eigentlich hier gar nicht abbiegen Sondern die wollen alle nach links weg Damit sollte sich das Problem jetzt nämlich relativ fix auch Ein bisschen nachts lösen können Weil das ist nämlich ärgerlich ohne Ende Weil die wollen nämlich eigentlich nur hier die Städte versorgen Und zwar mit Waren Und die haben nämlich keine Und die kommen von der Autobahn Und die kommen natürlich jetzt auch besser rein So Schneeräumer ist auch durch In der Ulmenstraße meine Lieben Haben die Ampeln aus? Nee Der ist einfach nur nicht so oft einer So und jetzt wird nämlich hier auch viel besser versorgt Und ich hoffe damit wächst dieses Viertel auch ein bisschen mehr Ja hier ist halt ein mördermäßiger Stau Ich habe eine Idee Die Idee war da Aber die Umsetzung funktioniert nicht Weil es keiner braucht Hier will ja eh keiner umdrehen Im Großen und Ganzen wollen die meisten einfach nur in die Stadt rein Das Problem werden wir aber hier nicht lösen Sondern hier müssen wir es anders lösen Hier bauen wir eine Ampel her Hier wollen auch unglaublich viele wieder raus Gerade die hier auch auf der Brücke warten Wobei die ja gestoppt werden durch den Ampelwechsel Jetzt schauen wir mal Das wird deswegen trotzdem hier an der Ecke nicht besser Hmm Hmm Aber die Idee ist da. Hm, weiß ich noch nicht, ob mir das so gefällt. Es ist auf alle Fälle hier unglaublich viel Verkehr drauf. Hier aber auch. Gut, da werden auch viele Comment von der Seite. Ja, werden wir hinbekommen, meine Freunde. Das werden wir hinbekommen. Aber es dauert halt seine Zeit. Wir haben auch noch ein Heizproblem. Das ist eine andere Geschichte wieder. Ein Heizproblem. Okay. Man muss dazu sagen, fairerweise, wir haben die letzte Zeit unfassbar viele Heizungsmaterial oder Heizungsgebäude angeschlossen. Und die müssen natürlich auch alle geheizt werden. Und es hat gerade hier hinten ein bisschen Probleme gegeben. Schaut so eigentlich aus. Können wir das Stadion aufrüsten? Ne, das geht nicht. Das können wir nur mit dem Teil hier machen. Und da sechs Konzerte haben wir. Aber uns fehlt die Beliebtheit aktuell. 70 brauchen wir da von einem. In welche Richtung geht die Straße rauswärts, ne? Das ist eigentlich auch eher Absicht. Hm. Wie lösen wir das? Ich könnte ja auch von hier nochmal einen Abgang machen. Da. Einen rüber. Und hier zum Beispiel auch nochmal einen rüber. Aber das bringt uns alles nicht viel. Das sind wenige Kreuze und die werden halt voll benutzt. Die werden bedient. Außer natürlich, wir ändern das. Außer wir würden das ändern. Oh. Haben da gerade welche gespielt? Oh, wir verlieren in letzter Zeit häufig. Schau mal her. Die letzten Jahre haben wir noch gewonnen. Aber jetzt, drei Jahre in Folgen haben wir das echt verloren. Ja. Verloren gegen FC Rock Valley. Einen Rücken. Einen Rücken. Und 750 gehen da rein. Da müssen wir mal gucken, ob wir das zu einem Spiel mal erwischen. Und wann ist das nächste? Am 3. 1. 3. 32. Noch ein bisschen hin. Parkplatz, was los? Nee, ne? Schade eigentlich. Hier wird es mittlerweile auch einen Ticken voller. Aber das ist wichtig. Wir sehen hier seltenst nur noch Symbole, dass nicht genug Leute, oder nicht genug Angebot hier wäre. Wer war denn hier eigentlich gerade? Der da hinten. Kitty Cat Café. Ein Café gibt es nicht genug. Wie könnten wir das ändern? Ich habe eine Idee. Eine zweispurige Autobahn wäre die ideale Lösung dafür. Es dauert jetzt eine Sekunde, aber dann können nämlich hier die, die geradeaus wegfahren wollen, sperren dann nicht die Autobahn mehr ab. Und jetzt noch eine andere Idee. Die, die von hier weg wollen, die wollen, würden wir doch eigentlich... Ihr wollt von hier aus, wollt ihr ja hier rüber fahren. Warte mal, wo ist denn der perfekte Bogen dazu? Na, so wäre eigentlich der perfekte Bogen. So. Und dann mal wohl. Hm. So. ich würde ihn eigentlich gern so drauflegen aber das geht fast nicht gucken wir mal ob das angenommen wird weil das ist das käse so alles nutzen die gar nicht weil der weg viel weiter ist die ordnen sich dann alle auf der linken spur ein ok war ein versuch andere idee wir lassen das jetzt einfach naja es hat jetzt gerade im moment gerade irgendwie so kein wert aber meine lieben wir schauen uns das in der nächsten folge nicht mehr an sondern in der nächsten folge machen wir wieder ein bisschen was schönes da werden wir nämlich die u-bahn bauen die hat euch ja schon lange gewünscht die werden wir dann machen und in der folge dessen mache ich jetzt trotzdem noch eine kleinigkeit und zwar ich baue hier nämlich auf und zwar hier wird nämlich jetzt ein bisschen mehr entstehen zumindest bis hier ungefähr so ok bis zum nächsten mal habt eine tolle zeit lasst euch gut gehen meine lieben euer zwerg auf zwerg tube ciao